Heyo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Erst einmal tut es mir leid, dass am Mittwoch nicht das Pferdekauf-Video, beziehungsweise ein Pferdekauf-Video von den neuen Welchies reinkam. Ich habe am Mittwoch meine dritte Impfung bekommen und mir ging es danach wirklich nicht so berauschend. Ich habe auch den ganzen Tag danach flachgelegen. Und ja, jetzt nehme ich hier gerade dieses Video, auch das, woraus ich heute kommen sollte. Am Samstag sollte dann ein Pferdekauf-Video zum neuen Welch-Pony kommen. Heute kommt eins von den alten, wie ihr hier sehen könnt. So, die alten Welch-Ponys wurden ja auch vergünstigt und die stehen jetzt hier oben beim Einsiedler. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wollte ich es so machen, dass ich halt am Mittwoch mir ein neues Welchie kaufe und dann am Samstag sollte ein Pferdekauf-Video vom alten Welchie kommen. Da sich das jetzt alles aber ein bisschen verschoben hat, dachte ich mir, komm, machst du jetzt erst das Video vom alten Welchie und dann lädst du einfach das Video vom neuen Welchie hoch. So, ja. Das Welch-Pony der zweiten Generation gibt es, wie ihr hier seht, in sieben Farben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches ich am schönsten finde. Also natürlich der Graue, der Apfelschimmel hier. Apfelschimmel ist es ein Apfelschimmel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Graue, der hat es mir natürlich angetan. Ich meine, hallo, er ist grau. Also, bitte. Allerdings finde ich den braunen hier auch unwahrscheinlich hübsch, richtig niedlich. Ich glaube, schon mit tatsächlich den hübschen braunen, weil der doch echt schnieke aussieht. Das Welch-Pony der Generation 2 kam erstmals 2016 raus, kostet jetzt 390 Star-Coins. Gibt es in sieben Farben, die alle hier oberhalb vom Einsiedler stehen. Die sind ab Level 1 kaufbar. Allerdings braucht man sowohl den Zugang zu Südhof, der erst ab Level 7 möglich ist, als auch den Ruf freundlich beim Einsiedler. Kleiner Fun-Fact. Das Welch-Pony ist die erste und einzige Pony-Rasse der Generation 2. Und ist die zweite Rasse, für die man Ruf benötigt. Die erste Rasse war nämlich die Fjord-Pferde der Generation 1, die es nicht mehr zu kaufen gibt. So, genau. Das Welch-Pony kommt mit einem Rasse-Bonus von Stärke plus 0, Disziplin plus 0, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Ist wie gesagt ab Level 1 kaufbar. Man kann aber erst ab Level 7 auf Südhof. Und man braucht wie gesagt den Ruf dafür. Ja, und sie kosten 390 Star-Coins. Die wilden Pferde, welche sich auf Südhof befinden, sind Welch-Ponys, die schon seit hunderten von Jahren frei auf der steinigen Halbinsel leben. Das Welch-Pony ist eine kleine, strapazierfähige und robuste Pferderasse, die in vielen verschiedenen Feldzeichnungen vorkommt, mit Ausnahme geschäckter Muster. Welch-Ponys haben ein ruhiges Gemüt, welches sehr von Erwachsenen und Kindern geschätzt wird. Trotz ihrer Größe sind sie mutig, aktiv und sogar sehr gut im Springen. Das Welch-Pony ist eine Pferderasse, mit der sehr gerne gearbeitet wird. Und es gibt nur wenige Bereiche, in denen es nicht als außergewöhnliche Pferderasse genutzt werden kann. Es wird gesagt, dass die Winterwell-Familie dafür verantwortlich gewesen ist, das Welch-Pony Ende des 18. Jahrhunderts nach Jowik gebracht zu haben. Zu dieser Zeit waren Südhof und der Strand außerhalb von New Hillcrest noch miteinander verbunden. Aber nach einer massiven Explosion, auch unter dem Namen der Große Donner bekannt, wurde der Weg nach Südhof zerstört, sodass die Pferde, die dort lebten, von der Familie Winterwell getrennt wurden. Die Pferde sind daraufhin rasch in Vergessenheit geraten und bauten sich ihr eigenes Leben in der dort herrschenden Kälte und der rauen Landschaft der Südhof-Halbinsel auf. Auf Südhof ist es kalt? Ich habe Südhof immer als sehr warm empfunden. Ja gut, okay. Es sind halt keine Bäume da, etc. Also es ist halt relativ windig, gell? Ja. Ich wollte mir eigentlich schon viel, viel länger ein Welch-Pony kaufen. Allerdings, wie es halt so ist, da spricht dann der Geiz halt so ein bisschen in mir, gell? Ich sehe es halt nicht ein, für so ein altes Pferd so viel zu bezahlen, wenn es, äh, ja, wenn relativ in naher Zukunft eine Überarbeitung kommt. Deswegen habe ich mir bisher noch keins gekauft gehabt. Jetzt ist es endlich soweit. Die sind ja jetzt wirklich günstig mit knapp 400 Star-Coins. Oh, guck mal, mir fährt gerade auf. Wenn ich mir ein Pferd kaufe, habe ich genau 5000 Star-Coins noch. Wuhu! Da geht mein Herz doch auf hier. So, noch was zu dem Pferd? Nö. Einmal Pferd kaufen, bitte. Ähm, Chocolate Wrap. Ähm, ich gucke mal, ob ich einen Namen finde. Ich glaube, ich habe einen Namen. Eigentlich wollte ich, dass er ein Hengst wird, aber irgendwie finde ich Little Bell, kleine Glocke, unglaublich süß. Also wird die Gute jetzt kleine Glocke heißen, Little Bell. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. So, ich werde die Maus dann umziehen und dann sehen wir uns gleich, wo ich euch die Gangarten zeige. So, hier stehen wir jetzt auf der Südhoofarm, auf der kleinen Koppel hier. So, erst einmal zur Farbe. Ich finde die Farbe wirklich süß. Wir gucken uns die mal gerade in einer anderen Tageszeit an. Ja, ich glaube, so ist besser. Die wird ja im Abendlicht immer ein bisschen, bisschen rot. Ja, also ich finde die Farbe wirklich schön. Sie glänzt natürlich ein bisschen sehr. Ähm, äh, jo. Ich bin so ein tollpatsch. 2016 hat der Star-Service nicht so mit dem Fell quasi. Also, die Pferde sahen halt alle sehr glänzend aus. Aber ich finde die eigentlich, ich finde sie eigentlich ein wirklich schniekes Mädchen. Ja, gell, süße Maus. Oh, guck dir mal diese Augen an. Ein wirklich hübsches Tier. Die Farbe ist wirklich schön. Ich mag die Abzeichen. Mag ich sehr. Vor allem diese Plässe. Ich finde, die Plässe passt einfach unwahrscheinlich gut zu ihr. Also, es ist wirklich, wirklich ein schniekes Tierchen. Ja, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch jetzt die Gangarten. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gleich beim Friseur. Und danach gibt es mein Fazit. So, wir stehen hier in New Hillcrest beim Friseur. Erst einmal zur Standardman. Die Standardman ist eigentlich ganz süß. Ja, die Strähnen sind dick und ja, die Mähne bewegt sich nicht, aber es ist halt ein altes Pferd. Das war zu dem Zeitpunkt so nicht so. Aber der Schopf geht hoch. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Die Standardman ist nur einseitig. Der Schopf war es eigentlich ganz niedlich. Der Schopf ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ja, die Strähnen unten sind ziemlich dick, aber sonst eigentlich ganz in Ordnung. So, dann haben wir hier diese etwas kürzere Mähne. Würde ich ihr persönlich jetzt nicht geben. Wäre sie ein Hengst, dann eventuell ja, aber es macht sie halt so ein bisschen kräftig. Die Mähne ist allerdings beidseitig. Der Schopf sieht hier echt verpennt aus. Also, so sehe ich morgens aus, wenn ich aufstehe. Der Schweif gefällt mir hier aber tatsächlich einen Ticken besser. Einfach, weil er nicht so dicke Strähnen hat. Dann haben wir noch die ultra hässlichen Zöpfchen und zwar in Alt, wo die Zöpfe auch unterschiedlich dick sind. Fällt mir mal gerade so auf. Ja, das steht hier überhaupt nicht. Der Schweif hier ist auch in Ordnung. Dann haben wir noch hier diese etwas längere Mähne. Für die persönlich steht hier auch sehr gut. Sieht ja richtig schick aus. Sieht ein bisschen verwurschtelt aus, die Mähne. Ist auch wieder nur einseitig, dafür aber halt etwas länger. Ja, der Schopf sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde, es geht noch bei ihr. Den Schweif finde ich persönlich sogar auch einen Ticken schöner, weil er ein bisschen detaillierter ist und nicht ganz so verwaschen. Und dann haben wir noch hier diese ganz lange Mähne. Die sieht unten ein bisschen, ja, verglitscht aus. Die glitscht da so ein bisschen rum. Auch wieder nur einseitig. Der Schopf gefällt mir hier nicht so ganz. Der hängt dem armen Pferdschirm ins Auge rein. Und der Schweif ist mir hier zu dick und zu verwaschen. Also tatsächlich tendiere ich dazu, entweder die Standard Mähne zu lassen oder ihr die hier zu geben. Wobei mir bei der Standard Mähne der Schopf besser gefällt. Deswegen glaube ich bleibe ich bei der Standard Mähne. Ist ja auch eigentlich eine ganz schicke Mähne. So, mein Fazit zum Walsh Pony der Generation 2. Es muss dazu gesagt sein, dass 2016, ich glaube, das erste Pferd mit Gangarten rein, mit einer speziellen Gangart rein kam. Nämlich der Libizana, wenn ich mich nicht irre. Und ja, es noch nicht so quasi weit verbreitet war, dass die Pferde ihren speziellen Gängen haben. Also du kannst die Gänge von 2016 nicht mit den Pferden von heute vergleichen. A, weil es auch heute viel besser aussieht und runder ist. Außer beim Jobbäckchen Friesen. Und B, ist es so, dass... Alles klar, reiht mir einfach den Hintern ab. Und B, ist es einfach so, dass... Ja, ich bei den Pferden von damals das Gefühl habe, dass... Ja, okay, wir bringen einfach jetzt nur ein Pferd raus. Und muss ja nichts Besonderes sein. Also die Gänge von damals ähneln sich alle sehr stark. Und... Ja, das ist halt auch hier so. Die Gänge sehen halt unfertig aus. Ein bisschen, ein bisschen... Ja, wie heißen sie? Ein bisschen ruckartiger. Und äh... Aber es ist halt bei den alten Pferden so. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich meine... Man muss sie sich ja nicht holen, wenn man sie nicht möchte. Ich persönlich finde, dass man sich für die 400 Star Coins definitiv ein Rage Pony holen kann. Der alten Generation. Ähm, die... Ich glaube 690 diese vorher gekostet haben. Hätte ich jetzt wahrscheinlich... Hätte ich persönlich auch nicht ausgegeben, wenn mir das zu viel gewesen wäre. Aber die... Oder 790 irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die waren halt etwas teurer. Aber die 400 Star Coins kann man schon mal ausgeben für das Pferd. Dafür sind die recht niedlich. Und wenn man sowieso mehr Wert aufs Äußere legt bei den Pferden als auch auf die Gangart. Wie bei mir zum Beispiel dann auf jeden Fall. Also für mich steht fest, dass definitiv die anderen Rage Ponys auch noch alle einziehen werden. Weil ich sie wirklich von den Farben her super schön finde. Super süß finde. Und äh... Ja. Einfach sind sehr knuddelige Pferde. Ich habe, wie gesagt, bisher noch keins ausgelevelt. Das hier sind... Die ist mein erstes Welsh Pony. Deswegen kann ich noch nichts dazu sagen, wie sich das beim Reiten verhält. Allerdings so ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts aufgefallen, dass mich irgendwas großartig nervt. Das einzige was ist, dass die einen ziemlichen, ja, Kreiselhintern haben. Die bewegen so den Popo halt im Kreis beim Laufen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber sonst kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Also es ist wirklich ein tolles Pferdchen. Also sie sieht wunderschön aus, meine kleine Glocke hier. Und äh... Ich freue mich dann auch, wenn der Rest noch einziehen darf. Jo. Yeah. Ja, das ist das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass das Pferd beim Steigen das Maul aufreißt. Das ist ein Zeichen für Schmerz. Und das war aber bei den Pferden um 2016, 2017 rum leider normal. Also das hat das bei vielen Pferden um die Zeit gemacht, dass sie das Maul aufreißen beim, äh... Ja, steigen. Aber, wie gesagt, von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn man kein Problem mit den alten Gangarten hat. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die alten Pferde der Generation 2 natürlich nicht alles an Ausrüstung tragen können. Man ist da natürlich ein bisschen eingeschränkt, gerade wenn man jetzt eher nur das neuere Zeug im Schrank hat, was mir persönlich aber ehrlich gesagt ziemlich egal ist. Weil ich das kaufe, was mir gefällt. Und ob das jetzt das Neue ist oder das Alte ist, ist mir relativ egal. Und, äh, ja. Also, wirklich ein schnickes Pferd. Finde ich total süß, die kleine Maus. Jo, du zählst auch jetzt nur die Minuten, bis wir weiter reiten, gell? Ja, ich weiß. Ich habe keinen Bock mehr, hier rumzustehen. Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Farblich gesehen sind es wirklich wunderschöne Tiere, und zwar allesamt. Und von den Gangarten her kann ich nicht meckern. Also, es ist nichts, was mich jetzt wirklich so krass nervt, dass ich sage, nee, also, das war jetzt das erste und das letzte, weil ich sprang hier was einzieht. Ich kann mich nicht beschweren. Ist ein superschönes Pferdchen. Und für drei Tage wird es ja wohl reichen. Ja. Äh, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!